Moin, Wolfgang Kehl aus St. Peterholing vom schönsten Ort Europas, Mitspielfrau Mundenkind. FIFIGUS von Haber. Ab zwei Jahre, so geht's. FIFIGUS ist entstanden aus der Haber Bausteine-Serie. Die Bausteine-Serie zeichnet sich dadurch aus, dass wir ein sehr großes Kantenmaß gleich 1 haben, sprich 4 cm wird als Basislänge genommen und somit sind alle Steine kompatibel. Das heißt, die FIFIGUS-Bausteine passen auch zu allen anderen Habe-Bausteinen. Zusätzlich zu den Bausteck- und Kombinationsmöglichkeiten, die wir hier haben, besitzen wir Aufgabenkarten in drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen mit einem, zwei und drei Sternen gekennzeichnet. Baut das nach, was auf der Karte dargestellt ist. Nehmen wir hier einen grauen Stein, dann nehmen wir hier vorne den blauen mit der Ecke und den mit dem blauen Karolmuster darüber. Und jetzt, wenn wir uns das anschauen, brauchen wir hier einen roten Punkt. Haben wir einen Stein mit dem roten Punkt? Nein, aber wir haben eine rote lange Säule. Und wenn wir die hier oben hinein stecken, bekommen wir genau das, den roten Punkt. Auf der Rückseite ist das immer dargestellt. Hier kann das kontrolliert werden, natürlich dann in der Schnittvariante. Und ob es einfache, mittlere oder auch schwierige Steine sind, die dann wirklich schon sehr konstruktiv durchdacht sein müssen. Das einzelne Bauen oder das Aufgabenbauen, es wird eine Menge Spaß machen. Und es erweitert Step-by-Step die räumliche Vorstellungskraft. Probiert es aus.